Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, die heutige kosmische Kulisse könnte dir das Gefühl geben, dass du einen Wirbelsturm von Ereignissen beobachtest, so als würdest du eine ausländische Theateraufführung vom Rande aus verfolgen. Dies ist jedoch nicht die Zeit, in der du ein passiver Zuschauer bleiben solltest. Deine Anwesenheit und dein Beitrag sind entscheidend, und du wirst auf die Hauptbühne gerufen. Inmitten des wirbelnden Dramas ist es deine Aufgabe, eine Dosis deiner angeborenen soliden und kraftvollen Rationalität einzubringen. Deine Fähigkeit, in chaotischen Zeiten für Gleichgewicht und Stabilität zu sorgen, wird mehr denn je gebraucht. Du hast eine bedeutende Reise hinter dir und es scheint, dass du dich nach etwas Wesentlichem und Erfüllendem sehnst. Diese Sehnsucht ist nicht nur emotional oder mental, sie erstreckt sich auch auf deine körperlichen Bedürfnisse. Achte auf die Bedürfnisse deines Körpers. Wenn du deine inneren Organe mit den richtigen Lebensmitteln versorgst, kann das dein allgemeines Wohlbefinden erheblich verbessern. Nimm nährstoffreiche Lebensmittel wie Grünkohl, Mangold, Fenchel und Chicorée in deinen Speiseplan auf. Dieses Blatt- und Wurzelgemüse kann sich positiv auf deine Lebenseinstellung auswirken. Nimm dir eine Auszeit von deinem normalen Trainingsprogramm, um Mahlzeiten mit diesen gesunden Zutaten zu planen und zuzubereiten. Im Berufsleben solltest du offen für neue Ideen und Konzepte sein. Die neuesten Trends und Innovationen können deine Karriereziele deutlich verbessern. Ein offener Geist und ein offener Kommunikationsstil sind entscheidend. Geh nicht in die Falle, dass du denkst, du wüsstest alles, was es in deinem Bereich zu wissen gibt. Wenn du dich auf neues Wissen und neue Perspektiven einlässt, kann das zu bemerkenswertem Wachstum und Erfolg führen. In der Gesellschaft läuft es heute vielleicht nicht ganz so glatt. Die planetarischen Energien schaffen eine etwas unangenehme Atmosphäre für soziale Interaktionen. Gespräche könnten sich gezwungen anfühlen, und die Menschen könnten über ihre Worte stolpern, erröten oder sich übermäßig schämen. Es ist nicht die ideale Zeit, um eine neue Beziehung einzugehen oder ein erstes Date zu haben. Wenn du diese Unternehmungen aufschieben kannst, wirst du vielleicht feststellen, dass ein wenig längeres Warten zu einem viel günstigeren Ergebnis führt. In dieser Weihnachtszeit deuten die Sterne auf eine leichtere, aber bedeutungsvolle Enthüllung in deinem Familienkreis hin. An Heiligabend besteht die Chance, dass ein skurriles Familiengeheimnis oder eine amüsante Anekdote, die lange in den Falten der Familiengeschichte versteckt war, bekannt wird. Diese Enthüllung, die wahrscheinlich während eines entspannten und fröhlichen Zusammenseins geschieht, wird euren Feierlichkeiten einen Hauch von Humor und Wärme verleihen. Dabei kann es sich um eine skurrile Tradition, eine lustige Geschichte aus der Kindheit oder ein lustiges Geheimnis handeln, das über die Jahre hinweg spielerisch gehütet wurde. Diese Enthüllung wird den Boden unter dir nicht erschüttern, sondern stattdessen ein Lächeln und ein tieferes Gefühl der Verbundenheit bei den Menschen um dich herum hervorrufen. Sie erinnert dich daran, dass der Zauber der Feiertage manchmal in den kleinen, gemeinsamen Momenten der Freude und den einfachen Freuden des Zusammenseins mit deinen Lieben liegt. Außerdem bringt die Opposition von Venus im Skorpion und Uranus rückläufig im Stier heute eine dynamische Spannung in Beziehungen. Dieser Aspekt fördert ein starkes Verlangen nach Unabhängigkeit und kann dich dazu bringen, deine Beziehungen neu zu bewerten. Du könntest den Drang verspüren, deine Beziehungen zu verjungen oder einen Neuanfang zu wagen, entweder innerhalb deiner derzeitigen Partnerschaften oder unabhängig davon. Denke über dein Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Veränderung in deinen persönlichen Beziehungen nach und überlege, ob es an der Zeit ist, einen neuen Weg einzuschlagen, der deinen wahren Wünschen besser entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du dich heute aktiv an den Ereignissen beteiligen, auf deine Ernährungsbedürfnisse achten, offen für neue berufliche Ideen sein, soziale Interaktionen mit Bedacht angehen und deine Beziehungsbedürfnisse sorgfältig abwägen solltest. Wenn du diese Bereiche mit deiner charakteristischen Intensität und Einsicht ansprichst, kannst du die Herausforderungen des Tages effektiv meistern und die Chancen nutzen, die er bietet. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die umgedrehte Gerechtigkeitskarte deutet auf ein vorübergehendes Ungleichgewicht oder Ungerechtigkeit in deinem Leben hin. Sie kann darauf hinweisen, dass du es mit einer Situation zu tun hast, in der es an Fairness und Ausgewogenheit zu fehlen scheint. Für heute rät dir die Karte, auf mögliche Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten in deinen Entscheidungen oder Handlungen zu achten. Es ist wichtig, dass du dich um Fairness und Ausgewogenheit bemühst, auch wenn das bedeutet, dass du frühere Entscheidungen überdenkst. Die Königin der Stäbe verkörpert Selbstvertrauen, Führungsstärke und einen starken Sinn für Entschlossenheit. Sie ist bekannt für ihre Leidenschaft, Kreativität und ihre Fähigkeit, die Führung zu übernehmen. Heute ermutigt dich die Königin der Stäbe dazu, Situationen mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit anzugehen. Sei mutig in deinen Unternehmungen, vertraue deinen Instinkten und übernimm die Führung, wenn es nötig ist. Die Zehn der Münzen ist eine Karte der finanziellen Sicherheit, der Familie und des Reichtums, der über Generationen weitergegeben wird. Sie steht oft für ein Gefühl der Stabilität und des Überflusses in unserem materiellen Leben. Für heute bedeutet die Zehn der Münzen, dass du finanzielle Sicherheit erfährst oder Trost in Familienbanden und Traditionen findest. Es ist eine Zeit, in der du den Reichtum, den du hast, zu schätzen weißt, sei es in Form von materiellen Besitztümern oder familiären Verbindungen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem es um Ungleichgewichte, Vertrauen und Reichtum geht. Die umgedrehte Gerechtigkeitskarte macht dich auf Ungerechtigkeiten oder Ungleichgewichte aufmerksam, die vielleicht korrigiert werden müssen. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, diese Themen mit Zuversicht und Entschlossenheit anzugehen, während die Zehn der Münzen ein Element der finanziellen und familiären Sicherheit hinzufügt. Denke heute über alle Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten in deinem Leben nach und arbeite daran, ein Gleichgewicht zu finden. Gehe Herausforderungen mit der Zuversicht und Entschlossenheit der Königin der Stäbe an. Denke daran, den Reichtum zu schätzen, den du hast, sei es finanziell oder in Form von familiären Bindungen, und pflege weiterhin die Verbindungen, die dir ein Gefühl der Stabilität und des Überflusses geben. Der Stabilität und Stabilität, den du hast, sei es finanziell oder unter und tidy em quell. Der Stabilität.